Moin moin meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play NHL 17 im Saisonmodus mit den Thomas Abo Ice Tigers hier bei Because Gaming ist von Freunden, freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ja, herzlich willkommen zum letzten Spieltag des Jahres 2016. 33. Spieltag, wir sind zu Gast bei den Grizzlies Wolfsburg. Und ja, was soll ich sagen, ne? Das Jahr ist schon wieder rum. Das ist der Wahnsinn. Wie die Zeit gerannt ist. Komplette Jahr 2016, schon wieder vorbei. Ich möchte gerne einmal Danke sagen. Danke, dass ihr mich die ganze Zeit auf diesem Weg begleitet habt, dass ihr mich unterstützt habt, dass ihr meine Videos geguckt habt. Es macht nach wie vor Spaß für euch Videos zu produzieren, kann man nicht anders sagen. Und ich freue mich schon wirklich auf 2017. Und ich würde sagen, jetzt gehen wir erstmal rein in das Spiel rein in das Spiel gegen Heskons. Und da haben wir gleich das Politiker kackt. Ähm... Und da haben wir noch ein paar Sachen auf demReader und wir können dann den Kopf hochnehmen. Und das ist irgendwie Lyn-Jugger bei dem Buch. Das ist ja ein paar Sachen auf dem Weg gegangen. Das ist ja ein paar Sachen auf dem Weg gehen. Und das ist doch möglich. Und dann ist das ja auch ein paar Sachen zu wollen. Grant ist egal, gegen Grant erheben. Nee, der passt zwar nicht so gut. Schöner Save von Reimer, den halten wir fest. Damit wir zum Reihenwechsel kommen. Andrew Kostak war damit immer noch auf dem Eis. Fünf Minuten gespielt. Erstmal über Gewicht Wolfsburg. So, Yasin Ehlitz. Wie lässt der Punkt liegen? Warum auch nicht, ne? Pitching this winter blacker. So, Brennestigeres. Neutral zone. Das war abseits. Steve Reinhardt wird dabei der beste Scorer Bounds im Team 27 Punkte. Nicht überragend. Aber immerhin. Fast so viele Punkte die Spiele. Aber jetzt noch weniger spielen. Ich glaube noch verletzte Weile. Schöner Torchcheck da von Busch. Nein, da kommt er fast nicht durch. Was? Das musste das Tor sein. Das halbe Tor war leer. Da dessen kommt David Steckel, aber scheitert gegen Fields. Boah, ist gut Mann. Ai, 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 ai. Mark Steger. So, das war ein Stück. tino wird noch mal freie im slot steht der mit die zuordnung in der verteidigung jetzt aber konzentriert schöner pass auf sieben minuten noch sieben minuten noch im ersten drittel noch mal dann ist aber da mit einem wunderschönen ist nicht schnell genug dagegen nummer 9 man muss man ja noch mal wieder behaupten nicht das was wir uns aus der chance erhofft haben und der geht dann latte rein der passt ganz genau 2 0 wolfsburg tor von reichs schweiß der schluss das verhindert marco pfleger noch mal ein bulli nicht für sich behaupten lecker jetzt auch nicht nach vorne marius mittel brett umbeln und jetzt gibt es eine strafe ich habe den spiel nicht mal gesteuert nicht raus ernsthaft Ernsthaft. Geil. Foucault mit seinem zweiten Saisontor. Was ein Brüche. Jetzt legen wir noch im ersten Drittel. 3 zu 0 zurück. Scheiße. Die Checks werden aber auch richtig kacke zu Ende gefahren. Ja. So. Einmal der ist mal wieder nicht schnell. Das war der Check gegen den Mann. Kosek muss hinterher. Ist zu langsam. Puck geht beinahe ins Tor. Da sollte der passen. Gut. Fehlt Pass Wolfsburg. Geht direkt zu Ryan Pracht. Da steht dann plötzlich frei vor Brückmann. Und im 101 bleibt der dann abgeklärt genug. 3 zu 1. Links angehtäuscht. Rechts drüber gezogen. Und an Brückmann vorbeigeschoben. Ohne Assist. 17. Saisontor. Und abseits mit Wolfsburg. So. Jetzt gerne noch ein, zwei solche Fehler von Wolfsburg. Nehmen wir. Jetzt einfach mal mit dem frühen Schuss. Ist schnell genug für den Verteidiger da. Ist schnell genug für den zweiten Verteidiger da. Legt den Pass zurück. Aber er legt den Punkt zurück. Er hat den Pass. Das ist sehr gut. Sehr gut. Wolfsburg wird nervös. Also gefühlt. Valentin Busch. Wird da weggecheckt. Kann den Puck aber noch behaupten. Der Brütel. Legt den zu. Wer war der mit dem Schuss, abgefälscht vom eigenen Mann. Leo Krüder kann den Puck dagegen gehen, man kann nicht behaupten. Oh fuck. Guter Pokecheck, aber gefährlich. Direkt vor den Wolfsburg hin. Nein, da kommt der Pass nicht durch. Schöner Pokecheck da von Webber. So war der Pass auf jeden Fall geplant. Ach man Busch. Was? Ach als ob ey. Noch ein Pokecheck kriegt er den Puck sofort wieder. Schießt dann frei vor Reimer und macht das 4 zu 1. Mist. Das ist eine Hakenstrafe. Die nur ist vor Powerplay. Weil Powerplay in letzter Zeit so erfolgreich bei mir war. Ja, das war ein Bulli-Fall. Und da willst du mich verarschen. Ja, genau so sollte der Pass kommen. Sag mal, was sind denn das manchmal für behinderte Pässe hier? Ja, die Büschen-Pass-Kontrolle kann man von den Spielern der DEL doch erwarten. Aber sag mal, nicht Slow-DEL. Da macht Reintrecht das einfach mal auf eigenes aus. Wapp, ein Schuss. 4 zu 2. Endlich mal wieder ein erfolgreiches Powerplay. 8 zu Saison-Kontrolle von Steven Reintrecht. Es ist von Reimer und Westerling. Das war leider nicht der Spieler, den ich erwartet habe. Der war ein Schuss. Ärgerlich. Schon wieder so ein Pass. Okay. Nein, da kommt der Pass nicht durch. Oh, komm, und das gibt eine Strafe. Ja, irgendwo. Nein, unkolltetärer, was sagt er. Wie war denn? Ein Schuss, ein Tor heute im Portplay. Die Solo gegen 3, ne? Fieger! Kommt da sogar vor, Brück mal noch zur Chance. Da guckt jemand richtig grimmig bei uns auf der Bank. Mal gucken, was das hier noch wird. Da kommt der Pass nicht, weil er ihn irgendwie vertandelt. Das war's. Er hatte genug Platz, um es auf der Schuss zu holen. Aber er hat nicht in den Nett. Es ist egal, wie schnell es ist. Oh, wir sind wieder vollstürdig. Ob der Schuss durchkommt. Aber egal, jetzt darf ich Steckel auf dem Weg nach vorne. Mit dem Schuss. Ihn drückt man. Oh, der ist da. Schade. Steven Rhein-Precht. Verliert das Bulli. Aber jetzt muss ich direkt wieder zum Bulli. Ach, als ob du den Puck kriegst. Ja, der fährt einfach durch. Nein, nein, halt mir fest. Halten wir fest. Meine Güte du, Karotun gehen rein gleich. Gut, gut rein. Oh, ich hab'n Bock mehr. Als ob du den Puck anst. Als ob du den Puck anst. Und als ob du den Pass ahnst. Come on. 4-2 nach dem zweiten Drittel. Noch ist nicht alle Tage abend. Wir haben aufgeholt. Aber es wird schwierig. Erstmal Eissing. Ja, keiner von meinen Spielern will hin. Meine Gase juckt. Da kommt wieder so ein ungenauer Platz. Das ist doch scheiße. Die Roy Briss. Top Torschütze. Für die Bies. Weiter Platz. Immerhin haben wir schon mal den gefälligsten Stummel. Die Liga. Komm, gib Stolle jetzt. Gib Stolle jetzt. Ja, Mann. Muss wieder abdrehen. Jetzt hat er wieder einen Befehl eingespeichert, den er nicht einspeichern sollte. Er soll den Spielerwechsel nicht passen. Da kannst du das Traumat treffen. Da kannst du das Traumat treffen. Nein, der Pass kommt nicht zum Free an und fest in den kann ich nicht drin halten. Ja, das würde ich sehen, dass wir so ein Pokecheck hier kriegen. Das war ja wohl ein Upside. Was war ja wohl ein Befehl? Ich bin sicher, dass wir jetzt eine Befehlungen nicht gesehen haben. Das war ja Chiss. Ich bin klaget der Befehlungen. Aber jetzt ist's so ein Zeichend-Fach. Du bist einfach so eine Halt. Okay. Ich bin leid. Ich bin klaget der Befehlungen. so reimer's athleticism was tested on that wrist shot that was an excellent scoring chance we have passed the 10 minute mark of the third period the grizzlies are ahead for the two good job on the draw so we have to move on with the head along the board and that pass leaves the zone no, I don't play for the rest of the deck, I'll hold him anywhere else in the book the marvelous save, no time on that one you don't get many better opportunities than that great save look ahead to start something the grizzlies are in possession as they travel through center ice geiiiil boah, a lot of save for weimer so, let's see that's coming hold in the corner hammer is it, got a stick on it the grizzlies are moving the puck on their own end bahthth Monserve ja ja lockiert euch halt dass ich hier kein Konter fragen kann matt dem wie willst du denn so was erzählen die bis auf auf die 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 und dann wird weiß ich ruhig ich bin für funk das ist ja gut Wir verdröhnen gerade so viel Zeit. Sag mal, können wir den Punkt jetzt mal wegbekommen da? Letzte Spielminute. Und schlechter Tiss. Tja, dann verabschieden wir uns wohl leider mit einer Niederlage aus diesem Jahr. Oh, das ist jetzt ein Schmerz. Natürlich gibt es auch noch mal eine Strafe. Bullshit, ey. War mit Steckwut. Dann wird das Bullshit. Ja, und er fängt den sofort ab. Dann ist schon wieder so ein Spiel, wobei wir nichts hier wurden. Und bei denen alles. Gefühlt. Zügegeben, kein gutes Spiel von mir. Aber trotzdem. Foucault mit seinem dritten Saisontor. Zweites heute. Phil will sich aber auch noch mal mit einem Tor aus diesem Jahr verabschieden. Bam. 5-3. Kannst du nicht mal, Junge. Oh, das ist wirklich krank. 5-3 gegen Wolfsburg. 3rd Star ist Steven Reinkreit. 2-2-1 beim Check. Oh, dann würde ich jetzt sagen, liebe Leute. Vielen lieben Dank für das schöne Jahr 2016. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß mit mir wie ich mit euch. Klingt das verkehrt? Weiß ich nicht. Ist mir auch egal. Wir simulieren einmal bis zum nächsten Spieltag. Wann geht es weiter? Am 3. Januar geht es direkt weiter. Heißt, am Dienstag. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder dabei seid. Ich werde auf jeden Fall wieder eine Folge raushauen. Und ja, dann wünsche ich euch jetzt einen guten Rutsch ins neue Jahr. Feiert schön. Passt auf euch auf. Lasst euch nicht anballern. Lasst eure Finger ganz. Verbringt den Tag mit eurem Liebsten. Und ich wünsche euch alles Gute für das Jahr 2017. Wir sehen uns. Haut rein. Ciao.